Herzlich Willkommen liebe Leute zum nächsten Part von der Super Mario Party Team Sexy Boys ist ja im Vormaß Wie ich die Krins Girls ist ganz im Hintermaß Willen gespannt wie es heute weitergehen wird Söhnen dass ihr wieder eingeseitert habt So, das gerade hat ein Item ab sofort einsetzbar Das ist doch schön Komm wie ich jetzt gucke Komm wie ich gucke Ja moin So, mach mal was wir jetzt würfeln Ich bin gespannt Und da ist der Schlüssel ne Den können wir uns jetzt da Soll ich also eher auf Beweglichkeit gehen? Komm Du bist dumm Hättest du deinen Würfel ausgewählt Hätten die beiden extra gespielt Wir hätten 2-3 Dinger mehr bekommen Ich glaube es Was meinst du? Also wählt entweder der normalen oder deinen aus Weil Valo ist hier Und der Und der Ist ja gar zu risky oder was? Und nein nein Die Würfel nehme ich nochmal extra die beiden Siehst du was ich meine? Und das tun die nur wenn die deren Würfel haben Ähm Du bist nahe vom Schlüssel Also du hast den Schlüssel Ja was ist denn hier tolles? Bei mir ist nichts nahe Aber Mario Ja Wie komm ich denn da Soll ich Soll ich Ja ich komm so Ich probier so Ähm Ich geh jetzt zum Stern Ja Okay wenn das noch so in Münzen Aber Mario Aufs Glücksfeld Zoma ist gesoßt Ist das in Ordnung? Ich lass dir eine Münze Eine Münze sein Und mache So ist es gut bei mir Ich mach Glücksfeld Das ist gut so Wir kommen auf 3 Itemsfelder Und am Glücksfeld vorbei Warum ist halt unmöglich? Bullshit Bullshit ist halt unmöglich Geh doch jetzt Mach doch noch eins weiter Und Mach es doch so Nein Geh doch ein bisschen weiter Bisschen dumm Ja mach es so Ja noch eins weiter Nein Nein Geh doch aufs Glücksfeld So Ja so passt doch Warum? Ist nur eine Münze Ist doch egal Ich will shoppen Was ist deine Alternative? Shopping Achso da hat Ach Okay dann kochst du halt ein Wir brauchen noch ein paar Pilze für unsere Suppe Aber Mari Ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht Ich nicht Oh das war geil Und was soll was die beiden Mädels hier reißen? Bei mir ist ein Kacke einreißen Was haben sie krasses geplant alter? Die eine kann immer noch nicht durchgelassen werden Lommi Brot Oh 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 Sie verfolgt dich Sie verfolgt dich Die roten sind 5 Münzen plus Und so ist das hier ein Minus Ich auch Das ist mir immer Zeit Finde ich nett Nur da hinten Nur da hinten Okay geil Hm Kannst ja Also bekommt man gar nichts zu da wie Sehr interessant Ohne Mais kein Prax Ohne Mais kein Pille Na Achso Achso man muss die Pop Die Pop Körner einsammeln hier Oh ja ja Riesen Och Gott Das war ein Ne Ich dachte sie Ja das heißt egal Weil es geht halt darum Möglich viele einzusammeln Und ich bin richtig scheiße drin Egal fangen wir an Aber Mari Oh Gott Ja du darfst nicht Die großen Dinger Weil das sind Meteoriten You don't fucking say Au Fuck Komm fangen wir an Ich kapieren das Prinzip Ist gut Den hören wir noch um Setzen gegen die Crunch Girls Großer Mais Dome Des Terrors Nussbrechen Ach scheiße Meteoriten Irgendwie zerreißen mich Zerreißen wir alle grad noch nicht viel Oh ich hab den Linksgästen vorhin gar nicht zurückgerufen Fällt mir grad ein Was hast du? Sozialer Freund Deshalb Christen ist zurückgerufen Und die haben irgendwas geschrieben Ja rip ne Ah Oh nein der war viel gekommen Scheiße die fallen mir immer auf die Birne Ja ich glaub ich glaub die haben jetzt einmal wirklich verkackt Wir haben verloren Wir haben verloren Einfach richtig verloren einmal Oh mein Gott aber Ein Sieg weil wir den Mädels doch auch gönnen Oh mein Gott wir haben verschießen Wir sind scheiße im Maisauffang Ich höre dir das alle Alter dafür in Popcorn poppen sind wir gut Also Böse Was soll ich was jetzt machen Runde 5 von 10 Wollen wir so ein Speed Item machen? Ja auch einen Ich meine wir haben eh viele Item Es ist Konne Oder Ah ne Wir brauchen wir erst für die Satzkäste Ich weiß nicht ob wir da jetzt heute schon vorbeikommen Ja gut drauf im Spielbereit Ähm Oh verf... Wir wissen schon was das sagt Du kannst dich frei bewegen Das Ding heißt du musst nicht weiterlaufen oder? Was? Du kannst einfach wieder zurück gehen Wieso? Ja da woher du gekommen bist Einfach Du wieder zurück und dann da hoch zur Kiste Geht das? Man kann sich frei bewegen Aber es könnte doch einfach hier Dann hier auch stimmt das so Da gehts ja ganz weiter Da hat jemand geschnallt Das heißt in der Tat ich müsste theoretisch Ja wir nehmen den Boost Gut Ähm Items Nur das oder auch das? Ja Nur den Turbo Ja stimmt Wir kommen nicht ganz hinter Wir kommen nicht ganz hinter Wir kommen nicht ganz hinter Ich kann es ja keiner klauen Gut dann wir filmen was mal Max geht überraschend Mann Ähm Äh B Ich würde eigentlich gar nicht stehen Ach Verpasst mir den Feinden noch Ey Was? Du hast wieder zurück gemacht Hab ich's nicht Was hat man mit dem ausgewertzen oder? Ich kann noch ne Ich kann noch den Gistpilz reinhauen Lass du das trinkt Ja Haben wir Ne Haben wir irgendwo nen anderen besser gebraucht Gut So welcher Welcher Luigi ist besser? Ich bin besser Ne Du bist so So ein Bock So So Aber es kommt trotzdem mal ein Speedy Pils Äh Ist das Gumpa fällt Ist das gut? Achso stimmt Ey Junge Sag mir Koopa ein Ja stimmt Ich hab grad dachte Koopa und Mario verstehen das nicht Vergiss es Ein Team bestehend aus Koopa und Mario Hey Koopa und Mario verstehen sich nicht Ja Koopa ist ein total nett Ja ja Wurfel ist OP Mit 10 Ich muss echt Glück haben für die 10 Cool Wir sind keine echten Gegner gegen die wir spielen Wir haben einfach alle Verbündeten ein Und bekommen dafür definitiv nen Bonus halt so hart Der Wurfel ist OP Ja ausgemacht 0 Oh was sagen wir was die Mädels machen Wenn du sicher sein wirst ne 4 zu haben Schallgeil Ja äh Bose ist ne dritte Gruppe der Wurfel von dem das weiß es Ja aber überhaupt irgendeinen Verbündeten nicht ne Oh Mädels kommen 4 Was macht denn die? Die läuft ans Kosovo ne Uh Einkaufen ohne Geld Oh shit Alter Die wollen uns beklauen Ja wir haben ja eigentlich viele Mützen Aber Sticker Die läuft ja einfach nur ins Kosovo ne Was macht die da die ganze Zeit? Und bekommt eh nix Kosovo Minispiel Verflixte Fazis Kräf nach den Storm Was müssen wir machen? Ach Das stehe hier ist Hier Wir gehen immer ganz nach links ok Also nach Rest Das ist lustig Wir gehen zur Zeit nach unten Also die können auch einsammeln Wir können drei gleichzeitig einsammeln irgendwie LOL Wie geil ist das denn? Überhaupt nicht so viel Alter Und wir sagen immer alle einen die es auf dem Feld gibt Alter Wir nehmen das den Mädels so richtig weg Wetten im Mittelfeld sein können Okay Also alle die es auf dem Feld gibt Das ist ja irgendwie gar nichts Irgendwie hier Ach so zu sagen Nein wir doch nicht Wie le- ne hier unten Ohne Chance alter Chancenlos Nach oben Ja ganz oben Ohne Gnade Ohne Gnade Ohne Gnade Ja moin Das ist geil Hm Teamkollegen machen uns auch nicht ein bisschen OP oder so Aber Die kann halt Die haben jetzt nie Ja ja Bist doch lustig Shit 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 Das ist unfair Alter Kommst du da rauf Na ja aber kein Problem mit dem allgemeinen Wir werden sich einfach weiter vernichten Sexy Boys So Runde 6 Okay So jetzt Ähm Mach mal gleich Wir werden mit dir zum Schatz Alter muss also Sprit wir nehmen den Schlüssel Lillusle Kannst du dir nicht erst nehmen wenn du draufstehst Du musst erst draufstehen Was Druck zurück Gut Also das Würfel Ja Würfel Da bist dutern Ach Da ist ja Mach scheiden Wurfel Naja Oh mein Gott Wie überraschend Hahaha Tring Gut dann ähm G ist Nein Hilfe Nein Nein. Zu ziemlich. Nein. Ich gehe. Scheiße. Nein. Moment. Gehst du aus dem Versus? Ja dann so. Ja. Aber Versus halt ist scheiße. Nein du gehst ja nicht. Du aktivierst dich ja nicht. Stimmt stimmt. Nein halt. Äh. Das ist irgendwie auch ein bisschen dumm. Sieben ist ne Kackszahl. Nein. Dann gehen wir doch einmal weg. Nein. Wenn du in den G3. Was? Die bis hin zum PC fällt. Das ist ein Argument. Maybe it will change anything in the world. Holy shit. Das ist halt gar ein bisschen scheiße. Nein wir machen es. Ich habe die Masterbrain Idee. Äh. Fuck. die haben alle münzen einfach stopp jetzt hier kein wenn und aber es geht nicht doch es geht nicht akzeptiert vier felder übrig um hoch zu kommen die mal ganz runter ja nein das reicht nicht stopp wieder zurück jetzt ja funktioniert nicht geht nicht unmöglich dann machen wir es ganz anders ja dann holt du viele münzen Behinderung Nut Nut du kannst überall stehen bleiben außer auf ist der mal so oder ja nee stopp wieso es heißt drauf auf der münze ja toll finde ich auch du hast es so komm Junge wir sind viel besser als Deppenbots erst so Scroom oh scheiße ähm nur drücken a oder ja seit fährt halten sag es doch du stückgesicht wir haben beide gewonnen hä ich hab euch jetzt komplett Lärmer gedrückt anscheinend WTF ja moin oh Mädels das gerade ich hab gedrückt als es komplett Lärmer aber ich muss ja nur ein Hörgerstück haben du bist ein Stück Rosalina ja die tut ein bisschen ich will klau hin zum Münzen oh shit sechs Münzen sind ein krasser Betrag von 70 oh krass wir haben ihn voll voll weg gehabt was haben wir eigentlich die hat es eh vergatzt wir haben den Schlüssel und die nicht wir haben den Schlüssel wir kriegen den Stern wenn ich zu dumm wäre ja ja ich hab ihnen den Stern überlassen weil ich zu dumm bin Jules ist jetzt ne Stern ne ne tun sie nicht weil sie die falsche Zahl nummer sind stimmt wir wollen ein Schild haben wir wollen ein Schild haben aber Wario ja moin Pechfeld oh shit ach das kommt du schufe jetzt haben wir gekrackt dass er mit dem Stuhl du hast oder wie die Schauzung ja ja äh nicht unbedingt shit doch wieso sie ist direkt vorm Stern das stimmt Rosalina sitzt am Stern ist ne halbe Verbesserung jetzt sitzt doch die andere direkt dran ich bin blockiert ich bin so oder so blockiert aber du wirst den Stern kriegen äh den Schatz bekommt das ja auf einmal ein Minispiel nein immer immer nur dann wenn er ja fangen wir an einfach dir fangen wir an ok also immer nur dann rühren wenn sie direkt unter dir stehen du hörst immer auf wir haben unendlich viel Zeit ować auch so die doch so ich kann ja nicht ja Lerner prügel du wundervoll ich glaube wir sind gar nicht nur minimal nicht sehr stolz auf dich was war es in fünf Scheißer Rödelknüdel das ist ein Rund erläutern Hallo ein klatschen ja ist hallo ein klatschen Miststück so das war's mit dem Part liebe Medals und Jungs im nächsten Part geht's weiter macht's gut Pistar und Zaui Baui Baui